Wir haben jetzt gerade den Alexander Rodriguez, der äußere Eindruck von Alexander ist sportlich korrekt, die körperliche und mentale Verfassung ist fit und absolut okay. Die Armhaltung ist sehr gut. Die Stockhaltung und der Stockeinsatz ist sehr gut. Die Bewegung am Hund ist sehr gut bis vorzüglich. Gefühle und Einstellungen auf den Hund ist vorzüglich. Die Bewegung ohne Hund und das sonstige Erscheinungsbild ist sportlich und beweglich. Die Bewegung ohne Hund und das generelle Bewegung ist sehr gut. Sportlich? Es ist sportlich. Du hast ein sehr guter Bewegung. Ich schieße. Die Kenntnisse der PO sind sehr gut. Die Bewusstsein über die Trial-Räule sind sehr gut. Das war's. Herzlichen Glückwunsch. Herzlichen Glückwunsch. Herzlichen Glückwunsch. Herzlichen Glückwunsch.